Ich habe schon was Schönes erwartet, aber dass es so schön, so faszinierend ist, hätte ich niemals erwartet. Also ich bin sehr beeindruckt. Nach vier Jahren Bauzeit stand die Moschee in Marxloh. Die größte Moschee Deutschlands war fertig und wurde am 26. Oktober 2008 feierlich eröffnet. Bisher hatten sie in Hinterhöfen und Kantinen gebetet. Jetzt besaßen sie ein Gotteshaus. Tja, Integration kann so einfach sein.